Auch morgen ist mit Coop etwas los. Hier heisst der Brotaufstrich, der bei Coop in drei Geschmacksrichtungen erhältlich ist. Für Gas-, elektrische oder Glaskeramikherde eignet sich die Bratpfanne mit Antihaftversiegelung. Sie ist morgen bei Coop in drei Grössen und zu einem einmaligen Preis erhältlich. Also, bis morgen Coop. Wir freuen uns auf Ihrem Besuch.